ich habe Glas verschwendet meine Fuss ich mach das doch noch kurz weg will ich jetzt mal so ein Sagen oh nee ein Höhlengeräusch vielleicht bereits danach aber da kann ich sie mir noch wieder aufbauen das ist ja der Vorteil in Minecraft das ist nichts endgültig du kannst alles was du willst wieder nach deinem Geschmack bearbeiten und und in dem die Worte aus von der Geschichte zum Tode gelabert und jetzt zu am nächsten Part und ich bin langsam zum Tode gefaselt ich muss ja nur noch kurz 14 Minuten euch da irgendwie voll labern ohne Schatten zu nehmen Näh natürlich hat und dann zu sprechen wo ich eigentlich gar nicht mit uns sprechen mein Gott bei Holm war ich vor so weit Nöne Welt und ich habe Unterwasser Eisen Lecker Schmecker Leck Milch jetzt müsste gucken wie intelligente ich jetzt das löse ich wahrscheinlich gäbe es einen 7 Millionen mal einfach einen Weg und 9 schütt hat sich aber auch gemacht beim heiligen Deo-Spray so das hätten wir dort muss ich noch kurz einen kleinen schönen Wasserpark fixen so erledigt schuldige und in der Brücke schwimmen sollst du nie vor allem bei Nacht da geht es nämlich nicht unter Brücken schwimmen sollst du nie denn da kommt schnell die Spinni ha 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 48 schmiede na 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 und jetzt habe ich einen gerattert Mensch mal das hört ja nicht mehr auf so ooooh fuck ein Creeper ein Creeper ein Creeper ein Creeper steht vor meinem Häuschen und will da jetzt rein ja ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper Ich mag diese Leute nicht gern, denn ein Creeper ist immer noch ein Creeper und ich sollte aufhören zu singen. Endlich haben wir endlich mal einen bescheiterten Kellnerausbau. Ähm, komm, ups. Ich fülle mal das kurz wieder auf mit Dirt. Sonst bauen da hinten noch irgendwie Monster hinter der Wand. Und das wollen wir nicht. Und das geht doch nicht. So, oh, scheiße. Ich hab schon gedacht, wir hätten kein Holz mehr. Denn ohne Holz ist nichts los. So, Leute. Der war zweideutig. Aber nicht so gemeint. Hier muss ich dann, glaube ich, eine andere Deckenverkleidung nehmen. Weil hier oben sind die Kühe. Die haben mich jetzt gerade angeschaut. Jetzt wissen sie, wo ich mich versteck. Shit. Mensch, die gehen mir sowas von auf den Sack. Aber Hauptsache, sie werden alle geschlachtet. Das Holz. Punching some wood. Wood, 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 wood. Nochmal ganz kurz checken, wie lange ich dann noch faseln kann. Ah, noch genügend. Denn nach einer Stunde ist für mich manchmal Ende Gelände. Und jetzt hab ich schon eineinhalb Stunden. Also nicht Ende Gelände mit Computer, verstehe mich. Bitte nicht falsch. Aber so Ende Gelände aufnehmen. Scheiße. Jetzt sind meine Lautsprecher irgendwie gerade ein bisschen am Rumo-Axinandisten. An denen ist nämlich mein Handy angehängt. Und die kratzen jetzt gerade irgendwie so scheiße. Achtung davon, jetzt gäbe ich immer noch Dr. Creepy. Und wir haben effektiv kein Holz mehr. Ja, das Schneckilein ist noch da. Ich will jetzt nicht, dass der mein ganzes Haus in die Luft jagt. Aber aus dem Wasser kommt er nicht so leicht. Nie töten. Nichts, 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 nichts. Oh. 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 Geil. Jetzt hab ich doch tatsächlich noch was bekommen. Hm. Hm. In meinem Briefkasten. Leg mich am Mock. Jetzt hab ich da noch. Tatsächlich. Zwei. Oh shit. Ich hab vier Schwarzpulver. Yes, yes, yes. Wollen wir jetzt mal verarschenderisch tun? Ja. Bam. Ups. Jetzt ist dann mein Inventar voll schützt. künftig können wir das mal wieder aufnehmen da auf aufnehmen ich will ja immer so schöne Katzen machen das kann auch bedenkenlos je nach Hennekrabe ohne gleich weggeblasen das hier sind auch so gar noch in den Boden hin verstärkt Mensch 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 wir bauen hier auch teuer heute so leid es mir tut doch ich muss das hier noch mal kurz weg machen aber kein Problem für mich die Treppe ist mit einem langen Dornen im Auge weil sie scheiße aussieht da kommen wir glaube ich nicht rum rum glückssache 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 ja jetzt müssen wir dann besseres Treppensystem einfallen lassen denn unsere Plantage ist er völlig am falschen Platz in Summen jetzt alles voll zusammen jetzt mal mal kurz die Kühe fickerisch und BAM komm los warum jetzt hab ich keins mehr es werden immer mehr so und ich bin guck mal und sie sind nicht mehr interessiert an mir Prozent Null nachgucken und sich in 50 Minuten ob ob auch kommt jetzt ist er der Rest hat uns geholfen ist halt auch wieder eine lange Arbeit das Karo Muster sieht zwar nicht schlecht aus aber ist halt nicht so hochwertig weil hier unten soll ja auch mal was wohnliches sein dann ist halt so Sandstein da immer dann hat man immer Sand an der Füße und Stein selbst ist dann halt schon ein bisschen rau vor allem in den kalten Wintertagen da ist das gar nicht mehr schön deshalb lasse ich jetzt noch kurz eine Spitzhacker durch vielleicht reicht sie sogar ist ja Eisen glaube ich an der Geschwindigkeit hier machen wir den Pfuschbau unten natürlich nicht zu also das unter den Fenstern tauschen wir jetzt nicht aus nicht mehr es ist mir zu schade diese Rohstoffe hier mitzubekommen hier war erster Keller hier war der erste Keller den wir hatten aber na ja und den ist jetzt nicht mehr ne das gibt es nicht mehr n 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 Munum-Müßene Neom-Müßene Er sieht gerade wie seine Mutti 갖고 Oh Ips Es wird Nacht diese Gelegenheit nütze ich denn es in 59 Minuten und zwar natürlich unterer anders Also, ich schläge nicht schlafen und der nächste Part wird morgen sein. Deshalb bedanke ich mich noch einmal, dass dieser Baum dort oben schwebt. Ich bedanke mich bei Mike Schiever, den ich veräppeln konnte in meinen letzten Tagen. Eventuell habe ich mein iPhone schon, ich weiß es nicht. Aufnahmezeit will ich nochmal gucken, gucken, gucken. 38 Sekunden. Danke fürs Zuschauen und ich habe das Capslot drin. Und dann sage ich einmal Tschüssi. Und dann gucken wir noch ganz kurz. Oh, 49 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und gute Nacht allerseits.